World Cup 16. Juni 2014 Iran vs Nigeria Kommentar von deseltsam kennt sie Video, Iran hat im Asien-Fußball immer eine gute Figur gemacht, war aber auch schon einmal besser aufgestellt als heute. Nigeria hat zum Beispiel im Afrika-Fußball erhebliche Probleme und auch genügend Trainer verschlissen. Trotzdem ist Nigeria stärker einzuschätzen und ich denke, Nigeria wird die 3-Says-Match gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020